Hi, ich heiße Eva, arbeite bei Mikrotech. Heute findet unsere Frühlingslounge 2.0 statt und ich zeige euch jetzt einfach mal, wer wir so sind. Ich finde es super, bei Mikrotech zu arbeiten. Uns ist Wertschätzung und Engagement bei Mitarbeitern ganz wichtig und die zu fördern, die Bock haben, mit uns gemeinsam was zu bewegen. Jeder hat die Chance, bei uns ein Experte zu werden und seine Fähigkeiten in seinem Bereich weiter auszubauen. Uns ist es wichtig, langfristig mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Ich bin schon seit 30 Jahren bei Mikrotech und ich habe damals aus Aushilfe angefangen und schon damals konnte ich meine Ideen und meine Visionen in den Arbeitsalltag einbringen. Ich bin nach fünf Jahren zum Mikrotech zurückgekommen, weil es hier ganz klare Ziele gibt, die Mikrotech verfolgt und die mir persönlich sehr, sehr gut passen. Bei Mikrotech kann man einfach so sein, wie man ist. Man fühlt sich hier zu Hause. Wir haben Erfolg und wir wissen, wie man diesen ordentlich feiert. Also ich bin jetzt ein bisschen länger als zwölf Jahre bei Mikrotech und habe da schon ganz viele Stationen besuchen dürfen und heute bin ich im Marketing und darf da ganz viele neue Dinge ausprobieren, die ich vorher noch nie gemacht habe. Es ist cool, bei Mikrotech zu arbeiten, wegen dem professionellen Umgang miteinander und dem Spaß an der Arbeit. Ich arbeite gern bei Mikrotech, weil wir eine junge Führungskultur haben, angefangen von den Teamleads bis hin zur Geschäftsleitung. Wir bieten allen Mitarbeitenden die Möglichkeit, agil zu arbeiten, entweder im Homeoffice oder an den Standorten in Fürth und Hagesheim. Das Schöne bei Mikrotech sind die Standorte im ländlichen Raum. Die Leute, die hier arbeiten, sind hier verwurzelt, wohnen hier und diese Bodenständigkeit, die du halt auf dem Land hast, die spürst du hier auch. Flexibles Arbeiten macht den Arbeitsalltag leichter. Ich kann entscheiden, ob ich im Büro arbeite oder ob ich im Homeoffice arbeite. Und dadurch habe ich halt eine sehr gute Work-Life-Balance. Bei Mikrotech ist es toll zu arbeiten, weil die Teamatmosphäre super cool ist untereinander und die Unterstützung und der Zusammenhalt ist perfekt. Und dass du trotz allem auch mit diesen Personen, mit diesen Kollegen immer noch in einem ganz professionellen Umfeld sachlich und fachlich zusammenarbeiten kannst. Bei Mikrotech kann ich kreativ sein und ich kann auch mal krasse abgefahrene Ideen raushauen und das gefällt mir besonders gut. Wenn du eine neue Herausforderung suchst, mit vielen spannenden Aufgaben, unter einem tollen Umfeld, mit vielen netten Kolleginnen und Kollegen, dann bewirb dich jetzt bei Mikrotech.